Das hier ist der unglaublichste Wurf von Jimmy Butler in dem Spiel gewesen. Guckt euch das an mit Ablauf, der Shot Clock. Was geht ab, Freunde? Das hier ist der Spielbericht zu Game 6 zwischen den Celtics und den Heat. Ein unfassbares Bounce-Back-Game von den Heat. Keiner hat mehr mit ihnen gerechnet. Jeder hatte sie abgeschrieben, abgesehen von den Miami-Fans natürlich. Und zu Recht auch, ganz ehrlich. Also ich habe selber jetzt überlegt auf dem Herweg, macht es Sinn jetzt zu sagen, ja okay, wir lagen alle falsch, man hätte doch noch mit den Heat rechnen müssen. Nein, hätte man nicht. Wenn man sich Spiel 4 und Spiel 5 anguckt, die Heat hatten keine Chance mehr. Die hatten keine Offense, die sind alle auf einem Bein gehumpelt. Der Backcourt aus Strews und Lowry hat zwei Spiele lang kein einziges Field-Go getroffen oder nur eins. Jimmy Butler war nicht mehr derselbe, von Bam kam nichts. Gut, von dem kam in dem Spiel scoringtechnisch auch nichts. Aber sie haben es nicht gebraucht, denn sie hatten ja Jimmy Buckets mit einer All-Time-Great-Performance. 47 Punkte. Ich hätte niemals gedacht, dass er nach Game 4 und 5 so eine Leistung rausholen würde. Es sind die siebtmeisten Punkte ever in einem Elimination-Game. Man hatte eigentlich das Gefühl, es ist nicht 2022, sondern 2012, als LeBron James damals auch noch für die Miami Heat. In genau dem gleichen Szenario, nämlich auch 2 zu 3 im Rückstand nach Boston gegangen ist. Und dort die Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen Celtics geschlagen hat mit diesem legendären Bild. Ihr kennt es alle, ich blende das hier einmal ein. Und jetzt hatten wir Jimmy Butler, der sogar noch ein paar Punkte obendrauf gelegt hat. Ich glaube, LeBron hatte damals 42 oder 45 Punkte und Jimmy hatte jetzt hier 47. Es war unfassbar. Dazu kommt noch, und da gehen wir jetzt einmal kurz in die Stats natürlich rein. Wir hatten halt bei den Heat einfach ein viel besseres Basketballspiel an allen Positionen. Also ganz am Anfang natürlich müssen wir nochmal Jimmy erwähnen. 47 bei 16 von 29, bei 4 von 8 und bei 11 von 11 mit 9 Rebounds und 8 Assists mit 4 Steals. Besser kannst du nicht Basketball spielen. Was ist das denn? In einem Elimination-Game on the road so eine Statline, das ist schon übertrieben. So, dann Kai Lowry. Kai Lowry, washed as hell in den letzten paar Spielen. 18 Punkte, 10 Rebounds, 4 von 9 von der Dreierlinie. Max Drews seit 100 Jahren keinen Dreier mehr getroffen. Jetzt in diesem Spiel 3 von 8, immerhin 13 Punkte. Und insgesamt, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und Entscheidendste, die Heat endlich mal mit einer effizienten Offense. Aus dem Feld 46 Prozent von der Dreierlinie, 43 Prozent. Wir erinnern uns ans letzte Game. Was hatten sie da? 7 von 45 von der Dreierlinie. Jetzt in diesem Spiel haben sie doppelt so viele Dreier erfolgreich getroffen, bei deutlich weniger Versuchen. Nämlich 15 von 35, was 42,9 Prozent eben ausmacht. Und für den nächsten Punkt, über den ich sprechen möchte, gehen wir einfach direkt in die Highlights, hier ins vierte Viertel. Wir haben Miami, die zu dem Zeitpunkt mit vier Punkten führen. Jimmy Butler hat hier den Ball und ich zeige euch jetzt, was ich meine. Das hier. Habt ihr dieses Foul gesehen, beziehungsweise dieses Nicht-Foul? Also das war ein unglaublich verpfiffendes Basketballspiel. Es gab insgesamt 55 Foulcalls. Es wurden drei Leute ausgefoult. Jalen Brown, Max Strews und Kai Lowry. Alle drei ausgefoult. Es gab Grant Williams mit fünf Fouls. Ich weiß nicht, ob noch ein paar vielleicht fünf Fouls hatten. Auf jeden Fall, das war mit das hässlichste Basketballspiel, was man sich nur angucken konnte von der Schiedsrichterleistung her. Denn jede Sekunde war ein Foul. Es hat unglaublich genervt. Aber ich glaube, die Heat-Fans beschweren sich nicht, dass hier auch diese Tiki-Tag-Fouls gepfiffen wurden. Und wir gucken uns jetzt einfach so ein bisschen das vierte Viertel an. Ich habe schon über PJ gesprochen, der hier auch den Floater verwandelt einmal. Wir hatten Lowry mit einem sehr guten Game. Wie gesagt, wir hatten Jimmy Butler, der einfach nur unfassbar gespielt hat. Und das gibt es gar nicht, wie sehr ich meine Worte zurückziehen muss, wie ich Jimmy eingestuft habe vor diesen Playoffs. Also für mich war er immer mehr Jalen Brown als Jason Taysom, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt in dieser Serie, oder jetzt nicht in dieser Serie, in den letzten beiden Games war es nicht, aber er ist dann auch angeschlagen. Aber jetzt in diesem Game vor allem, und die meiste Zeit in diesen Playoffs, ist er wirklich Prime-Time, was du jede Nacht eigentlich haben wollen würdest, Jason Tatum. So, und also ihr werdet das sehen, wir werden hier in den Highlights ständig Freiwürfe haben, weil das einfach so eine Art von Game war. Und hier, ey, das sind so tough buckets. Also das musst du erst mal machen im vierten Viertel hier gegen den Defensive Player of the Year, den einfach so wegzubouncen, damit du da zum Korb kommst. Das ist einfach stark gemacht von Jimmy. So, hier ist Al Horford für drei. Und übrigens, wir haben jetzt noch gar nicht wirklich über die Celtics gesprochen. Und das will ich einmal jetzt hier machen, denn die Celtics haben in keinster Weise schlecht gespielt. Natürlich ein bisschen schlechter als die Heat am Ende. Aber wir haben 50 Punkte zusammen von den beiden Jays. Also wir gehen hier einmal in den Boxscore. Wir haben 50 Punkte zusammen von den beiden Jays. Wir haben von Marcus Smart 14 Punkte. Wir haben von Robert Williams 12 Punkte bekommen. Wir haben einen sehr, sehr starken Derek White von der Bank gehabt mit 22 Punkten. Aber, oder beziehungsweise, und es geht noch weiter, denn, wenn ich euch das Ganze hier einmal zeige, wenn wir in die Team-Statistiken gehen, das ist alles so ausgeglichen. Egal, was ihr euch anguckt. Hier, Rebound-Duell, Assist-Duell, Steals bei den Blocks, bei den Turnover, Points of Turnover, Fast-Break-Punkte, Points in the Paint, Fouls. Das ist alles gleich. Also fast identisch. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es hier und da eine kleine Abweichung. Aber das ist so krass, wie eng dieses Spiel beisammen war. Und, ja, einfach unglaubliche Leistung von den Heat, dass sie das geholt haben. Hier, Derek White habe ich angesprochen. Er hat wirklich ein gutes Spiel gehabt. Aber keiner, keiner, keiner war so gut wie Jimmy. Wir werden gleich noch ein paar wilde Würfe sehen. Ich glaube, 14 Punkte von ihm im vierten Viertel. Unglaublich, wirklich. Und bei Lowry, ey, ich freue mich an sich, dass er sein Comeback hatte und seine 18 und 10. Das ist wirklich schön. Aber, also, wenn es einen Spieler gibt, den ich nicht haben möchte in einem Spiel, wo die Schiedsrichter sowieso zu viel pfeifen, dann ist es Kyle Lowry. Weil es gibt niemanden, abgesehen vielleicht von Chris Paul, der mehr versucht und Marcus Smart, aber der bekommt die Pfiffe nicht so viel. Aber es gibt kaum jemanden in der NBA, der so viel versucht, die Schiedsrichter zu manipulieren und so viel floppt wie Kyle Lowry. Und manchmal kann man sich das einfach nicht angucken. Aber das soll jetzt gar kein Knock sein hier gegen die Heat. Und vor allem bei den Celtics ist es das gleiche mit Marcus Smart. Deswegen ist das eigentlich ziemlich egal. Ja, auch wieder ein Monster-Move von Butler. Mein Gott, ey, dieser End-One mit einer riesen Hang-Time. Richtig, richtig krass. In der Crunch-Time muss ich sagen, die beiden Jays nicht so aktiv. Also da war sehr die Teamleistung der Celtics. So, Miami führt hier mit 5. Ball geht raus. Horford in and out. So, und hier haben sie dann auch einen Foul gepfiffen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, die haben das sogar reviewt. Ja doch, und das war clean. Also für alle, die das Spiel gesehen haben und diese Szene auch gesehen haben, die wissen, was ich meine. Die Szene müsste clean gewesen sein. Also das dürfte eigentlich gar kein Foul von Derek White gewesen sein. Aber sie haben es trotzdem gepfiffen. Und das meine ich halt. Das waren so viele, like, Billow-Fouls irgendwie. So, Tatum hier mit dem Floater. Das hier, das hier ist der unglaublichste Wurf von Jimmy Butler in dem Spiel gewesen. Guckt euch das an. Mit Ablauf der Shot-Clock. Wirklich zwei Sekunden auf der Uhr, als er den Ball hier bekommt. All-Time-schlechtes Play irgendwie von Max Strews. Ich weiß nicht, was er dachte, was er hier macht. Dass er fürs Handoff vielleicht kommt. Ja, okay, vielleicht war das geplant fürs Handoff. Aber wenn er einfach weggegangen wäre, dann wäre halt Derek White nicht als Verteidiger da gewesen. Aber it doesn't matter, weil Jimmy macht es trotzdem, weil er ist Jimmy Buckets. Guckt euch auch die Quoten an. 16 von 28 zu dem Zeitpunkt. Es war krass, Mann. Jimmy auch. Überhaupt kein Dreier-Shooter. Er trifft dann aber 50 Prozent. Und ja, ich habe ja gesagt, viele Freibürfe. Das hier wurde dann zum Offensive Foul gerult. Und damit war das Spiel vorbei. Und wir bekommen ein Game 6. Und falls ich es am Anfang nicht gesagt habe, ich glaube, Draymond Green hat mit Absicht diese Serie gejinxt. Und hat mit Absicht die Heat herausgefordert. Weil als er das gesagt hat, so ja, wir sind uns sicher, wir spielen gegen Boston, da war ich schon ein bisschen skeptisch. So, hä, normalerweise machen das NBA-Spieler nicht, dass sie eine Serie einfach picken. Aber ich glaube, er wollte einfach beide Teams total anstacheln. Er will, dass die richtig hart gegeneinander gehen. Und er wollte, dass die natürlich müde sind und noch in ein Game 7 müssen. Und jetzt nicht einfach durch ein einfaches Game 6 hier, also die Celtics, dann weiterkommen. Sondern er wollte einfach diese Heat anstacheln. Und es hat sehr, sehr gut geklappt. Und ich glaube nach wie vor, dass die Heat einfach angeschlagen sind. Das war jetzt eine unglaubliche Performance von ihnen. Aber können sie die Spiel für Spiel und vor allem in den Finals gegen die Warriors rausholen, ist eher fragwürdig, ob das klappen wird. Aber also never underestimate the heart of a champion. Und ich weiß, dieses Heat-Team hier ist eigentlich noch kein Champion. Aber was die erreicht haben und was die hier geschafft haben in Boston, ist wirklich fast einmalig und weckt einfach krasse Erinnerungen damals an LeBron 2012. Die Heat 2012 haben dann gewonnen gegen die Celtics in Game 7 bei sich zu Hause. Mal gucken, ob das den diesjährigen Heat auch vergönnt ist. Unglaubliches Spiel. Ich glaube, fast keiner hat diese Leistungsexplosion von der Mannschaft kommen sehen. An die Heat-Fans, ihr könnt echt die nächsten ein, zwei Tage genießen, weil ihr habt jetzt sowas von Bragging Rights überall, wo ihr seid. Game 7 findet von Sonntag auf Montag statt. Und dann erfahren wir auf jeden Fall am Montag, wer in die Finals gehen wird. Wirklich ein cooler Morgen für alle Basketball-Fans. Und ich picke nach wie vor die Celtics. Ich glaube, nach wie vor die Celtics machen es. Auch in Miami werden sie Game 7 gewinnen, meiner Meinung nach. Aber das ist einfach nur mein Tipp. Und ihr seht es ja, bei Game 6, ich lag wie die meisten in der Basketball-Welt ziemlich daneben. Das war es jetzt von mir, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.